Marco? Hallo? Was machst du hier heute? Das erste Mal springen. Aufgeregt. Angst. Unangst. Viel Angst? Noch nicht. Aber ich glaube, das ändert sich nicht. Es kommt natürlich so. Kein Problem. Kein Problem. Es kommt natürlich so. Na gut. Sag mir bitte dein letzter Wunsch. Mein letzter Wunsch? Ja. Christian, du kriegst mein Auto. Den Rest überlege ich mir noch. Okay, dann. High Five. Wenn du mich siehst, den Freifahr lecker. Okay, vergiss das nicht. Alles klar. Was für unseren Jungs? Was für unseren Jungs? Was für unseren Jungs? Was für unseren Jungs? Ich ver miljöer, dass du jetzt auch in Ordnung bist. Und deshalb auch in Ordnung bist du das. Für die Fläche. Welches Zäbchen? Und ich bin so. Ich verlin' hier. Etwas. Hier ist schon. Wir machen hier, man. Ja, das ist es. Ja. Kau. Kau, du bist. Kau, du bist okay? Wie ist das? Das war, du hast mich damit, aber ich habe auch noch mal den Ufer-Maschorien. Das war schon, der war schon. Ja, wir haben. Mit der Hand? Das ist jetzt schon. Aber ich freue mich noch mehr. Wackleifflache, Hand! Wackleifflache, Hand! Wie geht's? Ah, wie eine schöne Reihe! Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wie war das? Besser wie 6. Geil. Einfach geil. Oh mein Gott. High five. Und gemacht man. Und was denkst du? Wenn du die Chance hast, sind wir noch einmal? Direkt noch einmal. Direkt noch einmal. Wohne ist unser Weg. Na tschüss.